hallo und herzlich willkommen bei red of gamble ich bin natürlich auch die machen ticket und heute das spiel millionärs casino viel spaß so und da sind wir auch schon wieder und wir fangen an ich habe gerade aus gesehen schon gedreht und mein geld gekriegt das habe ich es halt nicht mit aufgenommen aber na ja dann schauen wir mal in der loterie nach vielleicht will ich da ja etwas an gerade habe ich nur 1,7 millionen so war auf das war besser gewesen die eisgruppe 7,5 millionen rollen 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 210 wow kannst du jetzt 210 mal drehen lassen ok ich soll da gleich mal rauf gehen los geht's annehmen paket wumm 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 nehmen nehmen Ok. Paket habe ich nicht mehr. Leider. Da habe ich noch viel. Und das war es denn auch schon. So, mit dem Paket. Ja, immer die Eigenwerbung hier. Ja schon. Broke out. Ok. Ich bin Level 50. Habe 4,6 Millionen. Da sind noch Nachrichten. Was machen wir jetzt? Was war das Workout? Jetzt beitreten. Warum bin ich nicht mehr in den einen Club drin? Jeder kann beitreten. Jeder kann beitreten. Ich bin der König. Japan, USA, Japan, Deutschland. Obwohl das gleich hier. Der Co-Anführer. Oh, ich bin nicht der Schlechteste. Ich bin schon auf Platz 9. Das ist mal nice. Warte mal. Wo ist das? Wo war das mit dem Club? Jetzt gibt es noch Club-Spiele. Club-Spiele, wo seid ihr? Wo sind die? Okay. Die sind da gerade online. Da, Deutscher. Peter Kleil. Stumm. Ah, okay. Alles gut. Level 345. Hei, 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 hei. Der hat immer das Level. Oder sie? 950. 1500. 1588. 1588. 1588. 2049. 3400. Ist die Person die ganze Zeit nur am Spielen? Oder wie sieht das aus? Oh, die hat was gemacht. 3500. 3500. Noch mehr. Das ist das Höchste, was ich gerade gesehen habe. Huiiii. 60 mal gefällt das jemanden. 60.000. 60 mal. 60.000. 75 Jahre. Ah ja. Okay. Da komme ich bestimmt nie hin. Aber wir werden jetzt mal so ein Gildenspiel suchen. Wie ist das hier Gildenspiel? Für mich. Für mich. Oh, das ist aber nett. Spiel. Spiel. Genau. Da. Jetzt gehe ich hier einmal auf. 50.000. Auf 100.000. Einmal drehen. Auf 100.000. Ich glaube nicht, dass das das Gildenspiel war. Ich glaube nicht, dass das das Gildenspiel war. Jetzt fange ich wieder raus. Schauen wir den hier nochmal an. 50.000. 1. 2. 3. Schuhe gefahren. 2. 3. Schuhe gefahren. Und dann war es das auch nicht. Woran erkenne ich denn, ob es das Gildenspiel war oder nicht? Level 80 erforderlich. 1. 2. 3. Auch nicht. 5. 3. 3. 3. 3. 4. 2. Was? Eins. Waaai. Nein. Hm. Nichts. Oh, shit. I'm picked. I'm loving it. Mine is the steadiest. Okay. Schauen wir weiter. Das war das hier. Dann kommen wir jetzt zu dem hier. Eins. Tatsammogen. Zweimal erhöhen auf 100.000. Eins. Zwei. 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 Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Oh, läuft doch gut. This island is so tranquil. I smell my toy. I love nature. X6, hmmm nice. That's also a picture. It wouldn't go that way. Oh, 8. Yes. And that's it. Oh, that's so nice. Yeah. And that's it. 1 x 3. That was 1, right? 2. 3. Okay. Jetzt gehen wir zum nächsten. Und jetzt kommt das Gemeinschaftsspiel. Da ist es. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es noch nie gespielt. Ey, wenn das so bleibt, das wäre Bombe. Ich glaube, dann würde ich gewinnen. Ah, ich muss hier oben in der Landschaft lang laufen. 1, 2, 3, 3. Oh, schön. Ähm. Ich bin natürlich der Fall der Halterkosten selbst, wenn die Sonne runtergeht. Ähm. Die Sonne, ja. Ne, diese Sonne. Also muss ich das eigentlich weiterspielen, ne? Automatik. Dann warte ich mal bis zum Pick gewinnt. Das kann ja eigentlich nicht so lange dauern. Hoffe ich. Das kann ja eigentlich nicht so lange dauern. Hoffe ich. Was ist eigentlich hier das Right Zeichen? Oh, 5 in der Linie. Ich bin ja immer noch nicht so lange dauern. Oh, das ist das Unterhère. Oh, das ist ja immer noch nicht so lange dauern. Oh, das ist ja immer noch. Oh, da ist ja immer noch nicht so lange dauern. Bitteschön. Ah, die 3 Drohnen. Also, wenn man 3 Drohnen ertert, hat man FREIDREH! Die Sonne ist runtergegangen. Ne, die Sonne ist runtergegangen. Ich habe vielleicht kein Geld mehr. Meine Güte. Die Sonne ist runtergegangen. Die Sonne ist runtergegangen. Ich werde noch einmal sehen, wie die Sonne untergeht. Aber ich glaube, das dauert zu lange. Die Sonne ist runtergegangen. Die Sonne ist runtergegangen. Die Sonne ist runtergegangen. Die Sonne ist runtergegangen. Ich bin nicht mehr. 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 Die Bogen. Und noch ein weiter. Ach so geht das mal weiter. Mega Winnig. Deine Mutter. Los, noch drei Felder. Gleich bin ich fertig. Weil ich nicht vorher pleite bin. Oh ja, das ist schön, das ist schön. Mega Winnig. Mega Winnig. Ach nur 2,6 Millionen. Gerade habe ich schon früher bekommen. Aber immerhin besser als gar nichts. So Sonic, geh noch weiter. Ah, wenn diese Frau kommt, dann geht es weiter. Die hier. Da, wieder ein weiter. Perfekt. Ich weiß, wann sie jetzt weiter geht, aber ich kann nichts dran ändern. Also ich glaube, ich muss noch 2 mal die Frau dann haben. Und dann geht es nur ein weiter und dann noch mal. Dann ist der erste Teil. Denke ich mir jetzt mal so. Und dann ist der erste Teil. Und dann ist der erste Teil. Und dann ist der erste Teil. Neues Spiel. Samurai. 2. 2. 2. 3. 3. Bei den Augen ging es auch weiter. Und jetzt ist es untergegangen. Nein. Scheinerei. Also kommt das nur ab und zu. Ja. Die Sonne ist untergegangen. Bevor ich jetzt gekriegt. Achso. 500.000 Coins. Okay. Dann ist Big Wind mein Ende. Ne. Also. Ach, okay. Ach, der meint hier die 7 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ne. 6 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spiel verlassen. Okay. Gibt es hier noch so eine Gemeinschaft? Oder Gilden-Chat? Steht hier mal dabei. Das ist ganz neu. Da steht C. Das ist das Club-Zeichen, ne? Das ist das Club-Zeichen, ne? Ich werde das noch einmal kurz spielen. Okay. eine Gurt oder Gold. Oder Gold. Ich mag keinen Fisch. Und 3. Ich mag keinen Fisch. Und 3. Ja. Also das hier war für Club, glaube ich. Ich mag das hier. Na gut. Was jetzt los? Ja, ja, ja. Okay. Dann betreten wir das mal. Eine Tür muss man aufsuchen. Dann nehme ich... Diese Wartigen Griff hat drauf. Was ist das? Gleich kommen 3 hin. Hm. Klopfen wir mal an der Tür. Geht nix. Ich glaube... Das ist Buggy. Na gut. Dann bin ich noch da. Das war's für heute. Ich beende das Spiel. Und sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann, wenn euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.